Der war doch eben nur viel kleiner, warum ist denn der jetzt so groß? Ja, jetzt habe ich noch den Gesamtziel geholt. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Komm mal her, ich habe was Kleines für dich, du hast nämlich gerade was vergessen. Ja, mein Bohrenkopf! Aber einer ist für meine Teamkollegin. Komm her. Darf ich ihn essen? Ja, na klar. Vor der Kamera darfst du alles. Vor meiner Kamera darfst du alles. Sehr schön. Möchtest du jemanden grüßen? Den möchte ich grüßen. Ich möchte mich bedanken bei meinen Leuten, die heute mitgekommen sind. Bei meiner Mama, die mich total lieb und unterstützt hat aus der Ferne und ich glaube, mein allergrößter Fan ist. Und ja, letztendlich bei meinem Trainer, der das super hinbekommen hat mit mir. Jetzt haben wir noch eine letzte Bitte. Darf ich den mal ganz kurz übernehmen? Du hast nämlich auf der Bühne gerade etwas gemacht, das wollen wir jetzt noch mal vor der Kamera sehen. Komm mal her. Jawoll! Gesamtsiegerin, Figurenklasse, deutsche Meisterin, Newcomer-Klasse, beziehungsweise Newcomer 2016. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön! Danke!